Herzlich Willkommen liebe Zuschauer von German Junior TV. Ich melde mich jetzt hier zurück aus der Halle nach der Herren Doppelrunde und ich habe neben mir jetzt zwei Dänen hier, einmal Frederik Kolbeck und Kaspar Antonsen und die haben gerade ihr Spiel gegen zwei jonesische Jungs. Erstens, vielen Dank für uns hier an German Junior TV. Frederik, ich erinnere dich von letztem Jahr. Du hast die Mixed-Doubles in 2011 als erstes Jahr unter 19 Spieler gewonnen. Was sind deine Gäste für dieses Jahr? Ich spiele nur eine Men's-Double dieses Jahr, also vielleicht eine Semifinal. Wir haben eine schwierige erste Runde, also hoffentlich eine Semifinal wäre ein gutes Ergebnis. Okay, Felix, du hast gerade zwei indonesischen Spieler gewonnen. Es war ein sehr schweres Spiel. Es war ein 3-game-Games. Was ist so schwer für die indonesischen Jungs? Sie sind sehr schnell und sind sehr gut auf der Nette. Du musst also auf der Nette sein, wenn du nicht bereit bist, dann gehen sie einfach. Es ist sehr schwierig. Okay, und was sagst du über dieses Tournament so far? Hatte du etwas Spaß? Ja, es ist ein schön Tournament. Es ist ein sehr guter Setup und viele Leute. Wir lieben hier. Okay, so do you know your opponents for the next round? No, nicht wirklich. Ich denke, wir spielen mit russischen Jungs, aber wir wissen sie nicht. Okay, so what do you think? What are your chances against these russischen Jungs? Hopefully we could beat them in two sets, but it's going to be a tough match. The russischen Jungs are known as to play a very good flat and very fast, so let's see. Okay, so thank you very much for this interview and wish you a lot of luck and fun here in Berlin.